Du Pupsalo, ich mag in den Kinderkarten, das macht Spaß und noch nicht zur Schule, die 1. Klass. Spielen und Sachen, Babos, kann ich wegschieben den Zettel, du bist jetzt dran. Hörst du uns rein, Hüpfel springen. Poppen, Ecke, Bau, Ecke, Maltig, Bleistift. Hände waschen, Zähne putzen, ich find den Becher nicht. Frühstück aus der Brotdose. Frühstückstag mit selbstgemachten Yoga, ups, auf der Hose. Ich mag in den Kinderkarten. Jetzt will ich mal was hören, da. Das macht Spaß. Wo sind die Schönen Stimmen? Es wird noch nicht zur Schule. Hüpfel, 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 Hüpfel. Hüpfel, 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 Hüpfel. Spielen und Sachen, Babos, Watsch, Watsch. Und draußen schreien. schreien, hüpfen, springen, laufen. Im Garten wird gegraben, das ist eine Freude. Sand in den Schuhen, Mann, das tut mir leid. Um zwölfe, das wird schwer. Abgeholt, abgeholt. Wer bindet meine Schuhe, bitte sehr. Ich mag in den Kindergarten, das macht Spaß. Und noch nicht zur Schule in die erste Klasse. Spielen und Sachen bauen. Und draußen schreien, hüpfen, springen, laufen. Einen neuen Geruch. Kennt man hier jetzt auch? Welchen neuen Geruch ist das? In der Hose ist, was vorher noch im Bargott. Gleich gewusst es, worum es geht, ne? Hat die Dreh eingestrahlt. Ich wollte nicht mehr im Kindergarten haben, aber jetzt nicht. Und auch Elternabschied, die sind die ersten Zeiten auch schwer. Warum ist das so? Wir haben Windelkinder. Ich mag in den Kindergarten, das macht Spaß. Und noch nicht zur Schule in die erste Klasse. Spielen und Sachen bauen. Und draußen schreien, hüpfen, springen, laufen. Jetzt kommt ne ganz schwierige Probe für die Erzieher. Frisch sanierter Kindergarten. Lange mussten wir noch warten. Neue Räume und Erzieher. Und die anderen kennt man wieder. Es wurde gestaucht, abgestaucht. Nämlich ganz neue Erzieher. Die Erzieher. Die beiden hier. Ganz neue Erzieher. Ganz neu sind die. Fängst du gar nicht. Komm in meinen Hand nochmal. Frisch sanierter Kindergarten. Lange mussten wir noch warten. Neue Räume und Erzieher. Und die anderen kennt man wieder. Es wurde gestaucht, abgestaucht. Neu eingebaut, weggeräumt, sich gefreut und bereut. Neu vorbei. Neue Gruppen eingeräumt. Mitgeräumt für viele Eltern. Aber noch viel wichtiger ist. Hallo schön, dass du da bist. Die Feier ist für dich und mich. Ich mag in den Kindergarten. Jetzt will ich mal was hören. Da. Das macht Spaß. Wo sind die schönen Stimmen? Das ist noch nicht so schul. Das ist noch nicht so schul. Hüpfen, Springen, Haufen.